Moin Leute! Aaron, Jöran und ich sind heute im Plop Shop der Flensburger Brauerei und haben eine kleine Geschenke-Challenge für euch vorbereitet zu Weihnachten. Wir sollen Geschenke einpacken. Es geht darum Zeit, aber auch um Schönheit. Wie dein Bart, Franz. Ja, war ich gut? Auf die Plätze. Ich bin auf eine Platte. Fertig. Los! Dann probiere ich meine neue Technik. Die habe ich geladen von meiner Großmutter. Nein! Das Wichtigste ist, dass es schon eng ist. Wo ist das Band? Nein. Splitt. Das würde ich nicht mal meinem Hund schenken, das Geschenk. Fertig. Befehl, Aaron. Reicht das? Top! Mit Doppelschleife. Stopp! Ich bin zufrieden. Hallo, ihr Wichtel. Sehr froh. Oh! Ja, du hast es gut eingepackt. Es ist alles nicht schlecht. Ich würde sagen 3, 2, 5, 2 Punkte. Also 3 ist am besten? Ja. Ihr seid alle Meister. Ich bin mit 2 Punkten. Dankeschön. Gerne. Unsere Geschenke sind eingepackt. Wir sind jetzt fertig mit der Geschenke-Challenge. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Von uns, von der Mannschaft, von der SG-Geschäftsstelle. Hohe Weihnachten! Hohe Juli! Löffel Juli! Merry Christmas! Hahaha! Hahaha! Vielen Dank.